Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Voller Spaß, voller Spannung, voller Qualität und voller Glück Nur mal ein Stück, damit die Stimmbänder ein bisschen gelockert werden Ich durfte gestern für euch erster Tag wieder zurück nach dem Urlaub bis zum Abend hier da sein bis kurz vor 11 Für das After Dark gemeinsam mit Kollege Schrock, da haben wir Close to the Sun gespielt Und natürlich, wenn ich einmal bis 23 Uhr bleiben darf, dann habe ich natürlich danach auch die Morning Show Was ja ganz gut ist, ich glaube, so bleibt man warm So bleibt man Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen, dass der Finger abfällt bis zum Ende der Show Da bleibt man warm, da bleibt man locker Wollte ich eigentlich sagen Und großes Programm steht an Hoffe ich mal Nicht nur jetzt, sondern auch danach Ja, ich sehe hier, auch so brechen die Knochen, sagte Chad Richtig wird es abgehen Ich wurde gefragt, ich hatte, wie erwähnt, zwei Wochen Urlaub Habe es mir ein bisschen entspannt gehen lassen In der Osterzeit, das ist ja ganz nützlich, wenn du dann eh so viele Tage noch mal hast, die sowieso frei wären, theoretisch Dass du da zwischendurch noch mal einen Tag vielleicht schläfst oder zwei Und wenn die Gelegenheit sich bietet, mal eine Morning Show mit euch gemeinsam zu machen, dann machen wir das natürlich auch Denn es gibt wichtige Themen, über die wir sprechen müssen Und gerade im Urlaub, ja, da ist ein Thema aufgekommen, das hat, also dringlicher als das geht es kaum Da habe ich gleich gewusst, hey, über diesen Film, ja, über den alle Welt spricht, in den vergangenen zwei Wochen Da musst du auch natürlich reden Und ich weiß, ihr habt wahrscheinlich schon sehr viel dazu gehört Aber ich muss jetzt einfach mal eine Stunde drüber quatschen Über das hier Turtles 2, das Geheimnis des Us Mal kurz gucken, ah, so, so spiegelt das nicht hier Das ist eine VHS-Kassette Von Turtles 2 Dem Follow-Up zum ersten Turtles-Film aus den 90ern Produziert im Jahr 1991 Aber rausgekommen 1992 Natürlich, so eine Qualität, die kriegst du nicht direkt hin Das ist eine VHS-Kassette Ich mag sie hier aber einmal auf Da, schau dir das mal an hier Turtles 2, das Geheimnis des Us Freigegeben ab zwölf Jahren ist es Eine Kaufkassette ist es sogar, glaube ich, von der Videothek Sehen hier, ja, also hier Copyrights CBS Fox Angestaubt und so weiter Die Freundin hat aufgeräumt und hat das unter einem Haufen von alten Krams gefunden Und hat gesagt, bevor ich's wegschmeiße Bestimmt möchtest du das haben, oder? Hab ich gesagt Aber natürlich Der beste Film aller Zeiten Mit den vier Turtles Die vier Turtles sind dabei, die stehen auch hier drauf Schaut's euch an, ja Also, Michelangelo Donatello Splinter Und Vanilla Ice Die vier Turtles Sind alle hier drauf Auf dem Cover Während sie hier auch Hier, das ist Vanilla Ice, glaube ich Oder das Je nachdem Wie ihr schauen tut Die sich hier eine große Sicherung angucken Aus der ein bisschen Saft rausläuft Sieht aus wie eine große Sicherung, ne? So ein bisschen Oder Rohrpost Die haben damals den Klärschlamm mit Rohrpost verschickt Und die Turtles haben den abgefangen Da ist das Us hier rausgekommen Ich, äh, lese mal ein bisschen vor Wobei Komm, das geht doch bestimmt mit einem deutschen Trailer Oder sowas bei YouTube, ne? Weil Da kann man Sich bestimmt Äh, deutlicher Damit auseinandersetzen Wenn ihr es auch mal Gesehen habt Deutscher Trailer Natürlich Wenn der erste Film schon so gut war Den ich im Kino gesehen hab Als Kind Tatsächlich Dann muss der zweite Oh, jetzt ist dieser Dieser Crap-Film von 2000 So Das Geheimnis des Us Ist das ein Trailer? Das ist, glaube ich, der Trailer Hier, ne? Machen wir gleich mal Ähm, aber bevor wir den Trailer einsteigen Ich hab hier noch kurz Dass wir Wir haben ja den vierten Turtle Vanilla Ice Hier noch gerade erwähnt Der hat natürlich auch das Musikvideo gemacht Und ich will euch zumindest den Anfang zeigen Nicht die Musik an sich selbst Aber Diesen Clip Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf Seitdem ich gehört habe Macht auch schön laut Regie Und zeigt euch gleich hier mal auf den Auf den Laptop Weil den müssen wir einmal uns gemeinsam anhören So geht das ab Mit Vanilla Ice Jetzt muss ich stoppen Weil sonst die Gamer kommt Und uns alle erwürgen möchte Wie gut ist das denn? Go Ninja Go Ninja Go 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 Der Wie so ein bisschen Er hat vor lauter Go Ninja Vergessen, wo die Kamera ist Und der guckt dann Hier 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 Da ist die Kamera Hat er sie noch finden müssen Der gute Vanilla Ice Der hat eh Ey Wenn ihr Spaß haben möchtet Müsst ihr einfach mal nach Vanilla Ice Interviews Aus den Aus den 90ern hier Schauen Hier war doch nochmal was So ein MTV Ding Vanilla Ice Der Ninja Rap Das ist natürlich das Musikvideo Hier Hat mir noch was Ninja Rap Ein Interview Oh 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 So Da kommt das Musikvideo Das überspringen wir aber gleich Go 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 Okay So jetzt wieder Pause Jetzt mal gucken wann das Musikvideo vorbei ist Ich glaube er interviewt am Ende noch Da Ich finde wir müssen in weisen Worten Die hier von den Turtles auch getragen wird Er ist der vierte Turtle Ganz eindeutig Raphael Wer ist das schon? Was ist das schon passiert? Sie haben mir alles über diese Szene gesagt Es war genau wie Sie haben es geschrieben Und alles Und Sie haben mich geschrieben Und es machen EIS MAKE IT EIS? Ich hyped es ab Ich habe die funky Beats Und es machte es EIS Und sie haben gesagt Ich habe es clean Für die Kinder Und alles Das ist mir Also Eis Eis Baby In full effect Yep Turtles 2 So jetzt gucken wir mal In den Trailer rein Das muss ja ein Trailer sein Geht es richtig ab Gemeine üble Typen Klauen was sie kriegen können Und es sah ganz so aus Als könnte sie niemand daran hindern Hilfe Aber seht mal wer wieder da ist Ja Voll kränisch Hey wollt ihr süßen mit spielen Ein Karussell Er schlägt mit dem Jojo Wow Sagt ab heute Tartsee zu mir Tödel Selbst ein behämmertes Sumpfrübenschwein Können sie heute eine Wohnung finden Aber ab Echt komisch Aber es sind verdammt wenig luxuriöse Unterirdische Wohnungen auf dem Markt Schreller Interessiert nur eins Rache Die Vergangenheit Kehr zurück Kehr zurück Mein Sohn Das ist der Kanister In dem das Us war Welches uns alle verwandelt hat Nein Baxter Stockman Ich muss unbedingt herausfinden Was dieses Us tatsächlich bewirkt Ist ja unglaublich Du nimmst den hässlichen Aber welcher ist der hässliche Und da ist er Wie war es Wie war es denn Also wie müsst ihr euch die Szene vorstellen Vanilleeis Vanilleeis Der größte Star Der größte Star Der 90er Größer geht es ja eigentlich kaum Ja Der war mindestens 1,82 Meter Hat ein Konzert gegeben Vor einer Masse an Fans Die bereit war Sich alle Kleidung vom Leib zu reißen Die BHs Ja Richtig wie so Wie so ein Lasso zu schwingen Und zu sagen Nimm mich Vanilleeis Ice me baby Ice ice me Und dann kommen die Turtles rein Und werden Vanilleeis Schon eigentlich Der ignoriert das alles Weil der ist ja Performer Der performt die ganze Zeit Go 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 So sieht das aus Denkt sich dann Ich performe mich hier Aber Moment Das nimmt meine Aufmerksamkeit Das zieht meine Aufmerksamkeit auf sich Das sind Turtles Das sind Leonardo Michelangelo Donatello Raphael Warum nicht Raphael Wahrscheinlich weil alle denken würden Er wäre ein Stück Konfektion Ja Stück hier Roulade Obwohl Raphael ist nicht Schokolade Egal Da kommen die vier Und er sagt Vanilleeis Ignorier die ganzen Schicksal mit den BHs Das ist das Na Und Da es Vanilleeis ist Im Beat Im Blut Macht er so die ganze Zeit Und sagt Hey Ich hab ne Idee Lass mal weg mit dem Ice Ice Baby Und Dem cooles Eis Und andere Eis Wortspiele Go Ninja Go Ninja Go 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 Und dann macht er Dann macht er den spontan Macht er den spontan Rap Ne Macht er den so So spontan Und die Turtles schon verdient Zusätzlich für sie Ausschnitt aus anderen Filmen Was mich auch nochmal interessiert hat Das hab ich Kollege Dennis Heinrichs dann auch nochmal geschickt Weil ich Perplex war Und dachte Und dachte Dass sie sich verschrieben haben Hier hinten auf dem Cover Ich weiß nicht Wie gut man's lesen kann Doch ein bisschen Hier Ihr seht hier die Rollen Der armen Leute Die in den Turtles Kostümen sein mussten Aber auch Splinter Gespielt von Kevin Clash Und ich dachte erstmal Okay Da haben sie sich verschrieben Weil Es heißt ja nicht Kevin Clash Sondern Kevin Nash Big Sexy Kevin Nash Diesel Von der WWF Der hat nämlich den Superstredder gespielt In Turtles 2 Und ich dachte Okay Die haben sich nicht nur beim Namen verschrieben Statt Kevin Nash Kevin Clash Geschrieben Sondern Sie haben ihm auch die falsche Rolle Zu getan Das ist ja der Superstredder Und nicht Hier Splinter Und da hab ich geguckt Splinter wurde tatsächlich von einem Schauspieler Namens Kevin Clash Gespielt Das heißt Im Film Gab es Einen Kevin Clash Und Ich spuck die ganze Zeit hier Weil Wie willst du den Kevin Clash sagen Ohne hier Alles rauszuhören Es gab einen Kevin Clash Und einen Kevin Nash Auf dem gleichen Set Als ob es da keine Reibereien gegeben hat Mit diesem Gedanken Lass ich euch kurz alleine Wir gehen in die Werbung Wenn wir zurück sind Weitere Gedanken Zum Weltgeschehen Bis gleich Das ist gar nicht der Der Opener Der Cold Opener Weil es ja immer so kalt ist Wobei jetzt ist es einigermaßen warm Ich hab mich entschieden Die zweite Hälfte des Moin Moins Nur mit der Kamera zu machen Weil ich so drauf bin So cool wie man ist Cooles Eis Nennt man das auch Ich bin gerade ein bisschen perplex Leute Ich hab natürlich das wunderbare Rocket Beans TV Programm geschaut Was ihr Nicht nur auf YouTube schauen könnt Und auf anderweitigen Plattformen Sondern Natürlich auch auf Rocket Beans.tv selber Und da war gerade der Affiliate Spot Mit dabei Jetzt seh ich mich gar nicht mehr Aber ich hoffe ihr seht mich Eventuell hört Ja Das ist schön Eventuell hört ihr mich Gerade Ähm Ich hab diesen Affiliate Spot gesehen Und man einmal sagt Ja klar Kann man machen Ich mein diese Panda Spots Die sind ja schon ein bisschen her Weiß ja keiner mehr Kann man die Idee auch nochmal übernehmen Aber Wofür ich nicht einstehe Erstmal ist ich so hart auf den Tisch gehauen Und wenn mir jetzt die fucking Hand wehtut Aber Ähm Dass sie einfach die gleiche Musik genommen haben Die ich fürs Intro von Spielen mit Bart Verwendet hab Genau die gleiche Musik Warte drin Wahrscheinlich gibt's den Affiliate Spot Ja eh schon länger Als da wo ich das benutzt habe Aber Einer von 8 Milliarden Songs Der verwendet wurde Fürs letzte Spielen mit Bart Da fühl ich mich ein bisschen Ja Da fühl ich mich einfach ein bisschen Ähm Wo sind wir gewesen? Turtles Geheimnis des Hoos Äh Schaut euch an Großartiger Film Ist es nicht Aber es ist ein Film Dachtet ihr Ich rede über die Avengers Nein Da habt ihr doch mehr als genug gehört Wobei In Belde gibt's da auch noch Podcast-technisch Ein bisschen was Kann ich ja schon mal antiesen Nehmen wir hoffentlich bald auf Ähm Heute Hab ich auch noch ein bisschen mehr Stuff für euch Ähm Schon dezent aufgeregt Denn heute nach der Arbeit Sind wir unterwegs Und es gibt Kleinen Zuwachs In der Der kleinen Familie Sozusagen Denn ähm Heute gibt's ein neues Haustier Kriegen wir Oder holen wir uns ab Besser gesagt Äh Wir haben ja schon zwei Hunde Mit denen wir unterwegs sind Ja hab ich auch häufiger schon mal Hier gefeatured Und auch mit dabei gehabt Die liebe Janet Und die liebe kleine River Den Corgi Habt ihr vielleicht schon mal gesehen Aber Da kommt äh Noch ein Hamster Dazu heute Ja Gehen bei einer Züchterin vorbei Und holen Die kleine Frau Hamster So wie auch immer sie heißen wird Dann ab Das Terrarium Ist vorbereitet Und ja Da sind wir auf der Arbeit hier unterwegs Und wir haben uns informiert Bei YouTube Mit äh Wunderbaren Ähm Hamster Videos Damit man auch einmal informiert ist Was man denn braucht oder nicht Gehege ist schon aufgebaut Bijou aus Hamtaro Gab's ein sehr gutes Spiel Auf dem Gameboy Advance Hamham Herzschmerz Hab ich damals mit meiner kleinen Schwester gespielt Der hat auch einen Hamster Den hat sie Ricky genannt Wie Rick aus äh Kirby Weil so lustig auch sein in den Bildern Aber der arme Ricky Dem sind dann die Ihr wisst schon da unten Das ist angeschwollen Das ist umgefallen Der arme Ricky Lang ist's her Deshalb glaube ich Ist er auch ein weiblicher Hamster Da wahrscheinlich Die bessere Wahl Ähm Und äh Ja Da sind wir da unterwegs Und holen sie ab Bin sehr gespannt Wie sie sich dann hier Machen wird Im Terrarium Und wir haben uns ein paar Videos Angeschaut Ähm Ich weiß nicht Ob wir dann auf Den Laptop schalten können Mal Regie Dankeschön Äh Oh ja da Schön Da bin ich Ähm Hier auf den Laptop Schalten können Ähm Es gibt sehr viele Hamster Videos Die haben mal Deutsch gemacht Weil wenn du Hamster machst Weil Hamster Hört sich genauso an Wie das englische Hamster Und da findest du natürlich Englische Videos Die haben ja keine Ahnung Wie es für deutsche Hamster abgeht Und Alter Was ist denn mit der Hamster YouTube Szene Hier los Schau euch das mal an Also Unatic TV Hat mit meinem Hamster Deutsch HD 40.000 Klicks gemacht So schön aus Wie hier Schön mit dem Laufrad Und alles Hier der Mach Ich dachte zuerst Das ist ein Aldi Logo Aber es ist Anna Und die Haustiere Anna und Paulas Tiere 444.000 Klicks Da Guck mal Und die Schön hier Sachen von Wikipedia Genommen Warum heißt Der Goldhamster Goldhamster 444.000 Klicks Bedeutet das Minecraft Hamsterkäfig 68.000 Mein Dschungarischer Zwerghamster Da müsst ihr aber zusammen Da gehört keine Leertaste rein Leute Das ist Jumanji TM Darf man sich Jumanji nennen Überhaupt Ist das nicht ein rechtlich Geschützter Begriff Eine Million Aufrufe Bei Jumanji TM Hey TM steht doch für Trademark Ich glaube nicht Dass ihr das Jumanji Trademark habt Trotzdem eine Million Aber Ich frage mich Was die anderen Leute Dann falsch machen Hier Also Slivki Slivki Show Nicht Slivkishow.de 2,1 Millionen Aufrufe Mit der neuen Wohnung Für Hamster Stefan Wenn der Hamster Das wüsste Ich glaube Ähm Tiersammlerin Also nicht Das ist für Aber Ich frage mich Was manche Dann eben Nicht so richtig Schaut euch das Schaut euch das mal an Sieht da Ich würde fast schon Ah guck mal Weil es hier Ja weil es hier so Zensiert ist Unter dem Fall Hier wo Alles Ava Im Laden ist Und was macht sie hier Sie ist nicht im Laden Vielleicht ist das der Unterschied Ja Aber hier Bei Ava Hat sie zensiert Hat sie zensiert Aufrufe Die noch reden Werden auf jeden Fall kommen Im nächsten Jahr Wenn nicht Ava Noch weiter zulegt Und das Dann mitgenommen werden kann Aber Irgendwas Da muss man sich Einmal Abschauen Was da funktioniert Ja Da bin ich sehr gespannt drauf Also ich werde euch Noch mal ein Update geben Wenn das mit Frau Hamstergerie Warte mal Ich habe glaube ich Sogar ein Bild Vom Vom Gehege Vom Hamsterkäfig Ich werde es dann ganz Technisch hochqualitativ Einfach Auf dem Handy Anzeigen Und in die Kamera halten Weil so macht man das So Äh Das Hamstergerie So So sieht das aus Da Guck mal Mit Laufrad Noch dabei Gestern schön eingerichtet Mit den Mit den Segelspänen Da unten Und Da ist sogar ein Häuschen Wo Frau Hamster durchlaufen kann Und das dreht sich dann auch nochmal Und das ist so ein Leckstein Mit Salz Das würde ich auch gerne haben Also so Kann man an die Wand hängen Und das ist so ein Salzklumpen Damit sie dran lecken können Warum nicht Ja Das ist mein so Größe Basketball Einfach hier Wenn man mal Gäste hier hat Das ist ja auch das Kino Plus Set Wenn man hier jemand vorbeikommt Der über Filme sprechen will Und sagt Hey Hast du ein bisschen Hunger Da ist dein Leckstein an der Wand Dann kannst du ein bisschen Deine Mineralien wieder auffüllen Das finde ich eigentlich ganz gut Und wenn der mal runtergeleckt ist Dann darf der letzte Der letzte den Lutsch behalten Oder so Das ist der komplett abgearbeitete Leckstein Den wir hier haben Für die Gäste Fände ich gut Wenn das so wäre Ja Was habe ich denn noch zu erzählen Was habe ich denn noch Im Urlaub habe ich nicht viel gemacht Ich habe Sachen gezockt Da habe ich ja gestern Drüber gesagt Wir waren noch ein bisschen Unterwegs in der Natur Mit den Tierchen Das hat auch Spaß gemacht Haben überlegt Eventuell mal zu zelten Aber Das muss Also ich Ich wollte mir ein Zelt Eventuell bestellen Aber da war ich wieder sehr Überwältigt davon Was für ein Angebot Da ist Von den ganzen Zelten Die man sich aussuchen kann Ich würde auf jeden Fall Eins haben Wo du irgendwie so werfst Und dann geht es hoch Und da ist die Küche schon fertig Und alles Da eventuell das mal machen Aber da werde ich mich noch Weiter informieren Bevor man sich einfach Knallauffall Auf ein Zeltabenteuer Einlässt Aber wirst ja nicht Dann irgendwo Dann liegst du da In der Vegetation Und sagst Holy fuck Jetzt muss ich in dem Zelt Draußen schlafen Das geht ja auch nicht Muss ich auch nicht machen Das gibt es zum Überlegen Oh ja Und was habe ich auch noch Natürlich Ein paar Minuten Müssen wir Über die Welt Der Reichen und Schönen Natürlich füllen Und Ich habe es natürlich Wieder nicht zum Üblichen Laden geschafft Der die In-Touch hat Jetzt habe ich das Touch verloren Ich habe nur noch die In hier Die ist voll in Will wahrscheinlich wie die In-Touch ausschauen Ich habe 2,19 Euro dafür ausgegeben Was die Leute dann immer denken Wenn ich Wenn ich In Zeitschriftenläden gehe Und dann nichts anderes kaufe Als so eine Schmodder-Zeitschrift Und Also nicht, dass die Zeitschrift selber Schmodder ist Aber sie berichtet auch über Schmodder Das wäre eigentlich eine gute Genre-Bezeichnung hier Weil wie willst du das denn Packt er jetzt seine Koffer Drama um den Sohn von Sylvie Mais Das wünscht man keiner Mutter Neues Glück mit Thea Haben sie nicht geschieden? Geschieden, entscheiden lassen Tommy Gottschalk und Thea Aber neues Glück Und oh ja Der arme Milliardär aus Aus Dänemark Der seine Kinder verloren hat Das gehört natürlich alles Zur Unterhaltung Auf so einen Cover drauf Dankeschön Leute Ah, der große Liebesratgeber Deutschlands beste Paartherapeuten Verraten ihre Tipps Wo ist das denn? Wo haben wir denn hier? Lena Gerke Report So, was sind die Reports hier? Stärker als der Brustkrebs Glaube Da kriege ich nicht so viel Infos aus Oh Gott Die Zeilen hier gar nicht Noch härtere Zeilen Stärker als der Brustkrebs Holy Shit Das lese ich gar nicht erst vor Und? Also Ich finde Je nachdem Ich check gleich mal Da müssen wir eigentlich mal drüber reden Ich check gleich mal Ob diese Seiten direkt gegenüber sind Oder ob man wenigstens einmal umblättern muss Weil Das ist schon Wer die Seiten so zusammenstellt So Jetzt kann ich es nicht mal lesen Seite Äh Seite 42 Mutter ertränkt ihr eigenes Kind Eine traurige Sehr, sehr traurige Geschichte Seite 43 Neuer Trend Im Netz Pornolippen So, ich guck jetzt mal Ob diese Seiten nebeneinander sind Ich guck jetzt mal Ob diese Seiten nebeneinander sind Oder ob man wenigstens umblättern muss Nein, sie Sie sind verdammt nochmal nebeneinander Sie sind verdammt nochmal nebeneinander What the hell Was zum Teufel Ist da denn niemand, der sagt Pack das wenigstens auf andere Seite Lass die Leute wenigstens einmal umblättern Hat das niemand gesagt Hat das niemand gesagt Ich möchte nicht mehr Das hat mir den Rest gegeben Holy shit, warum? Warum macht man sowas? Wenn nochmal neue Videos von Janas Welt und alles Ava gucken Um mich zu beruhigen Puh Da kauft man einmal ne andere Zeitschrift Dann ist das alles noch viel schlimmer Als sonst Oh Gott, oh Gott, oh Gott Gibt's hier irgendwas, wo ich mich beruhigen kann? Wo sind denn jetzt hier diese Beziehungsdinger? Holy shit Oh Oh Gott, oh Gott Oh Ich kann nicht mehr So, was stand hier vorne? Der große Liebesratgeber Wo ist denn das? Seite 72 Das ist bestimmt auch direkt daneben Was ganz Schlimmes Da ist 72 Wo gehe ich jetzt hin? Vielleicht mache ich auch einfach nur die Kreuzworträtsel So wie die Leute diese Freizeit-Review und alles kaufen Das sind auch nur Geschichten von Das schwere Schicksal von Schumacher Und das bitte eintragen ins Kreuzworträtsel So, hier Was ist denn hier? Natürlich Schaut euch das an So passiert's natürlich jedes Mal Ganz traurig In Bette Und der Mann Lass mich Was für ein Handy in der Hand Ich dachte Er denkt über Vanille Eis und die Welt nach Go Ninja Go Ninja Go Go Ninja Go Ninja Go 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 Genau Er kann ja nicht mehr mit der Frau So richtig Aber nein Der Partner wirkt abwesend Vielleicht steckt eine andere Frau dahinter Muss das sofort sein? Das ist die Bildunterschrift Kein Wunder Dass die da alle steil gehen Wenn da so So ein Käse hier steht Was sind hier die Überschriften? Da war das mal Unsere Liebesexperten Eva Maria und Wolfram Zuhorst Sind seit 20 Jahren verheiratet Haben etliche Krisen überwunden Und geben andere wertvolle Tipps Aha Das ist schön Nur eine Aussage Ja Da soll man Ja Die sehen glücklich aus Hier Sie sehen happy aus 90 Jahre plus Kann man bestimmt auch vertrauen Was sind die Fragen Die gestellt werden? Warum wollen sich Männer So selten festbinden? Wenn dann Ich nicht die Richtige Vielleicht sollte man Alle Fragen dann Grundsätzlich mit Ja Beantworten Hier und mal gucken Was passiert Er hat so nervige Angewohnheiten Komma schmeißt zum Beispiel Seine Socken Immer auf den Boden Wie trainiere In Anführungsstrichen Ich ihm die am besten ab Die Socken oder die Angewohnheiten? Weil wenn du ihm die Socken abtrainierst Dann hast du natürlich auch Vielleicht sollte ich einfach Die Antworten geben Ich muss das gar nicht lesen Auch wenn unsere Liebesexperten Natürlich sehr gute Arbeit Bestimmt geleistet haben Ich vertraue denen Nachdem ich das Bild hier gesehen habe Aber ich kann Diese Antworten kann ich bestimmt Auch selber geben Ja Werte Hypothetische Frau Du solltest deinem Mann Einfach die Socken abgewinnen Ja Weil dann hat sich die Sachen Von wegen Socken auf den Boden Von selbst erledigt Aus welchem Grund Gehen Männer fremd Und kann ich als Freundin Das irgendwie verhindern? Nein Da ist glaube ich Oh Die Zeile Da ist gleich zwei Das geht über zwei Seiten Dann gleich die Antwort hier Was hat er denn geschrieben? Wie kann man das denn Erfahrung? 20 Jahre lang? 1000 Fremdgeschichten Hattest du gehört? Ich hab nur noch Das einzige Okay der einzige Satz Zu dem mein Auge hingegangen ist Mit einem anderen Menschen Ein Loch zu füllen Das ist das einzige Was mir hier aufgefallen ist Ich glaube Kontext Ist da wichtig Aber den hab ich momentan nicht Weil ich es nicht alle Absätze hier lese Bestimmt ist die Antwort Aber sehr gut Mein Partner hat drei Kinder Aus seiner früheren Beziehung Wie gehe ich damit um? Ich würde einfach Babysitter holen So easy Stimmt es Dass Männer das Interesse verlieren Wenn man beim ersten Bett Beim ersten Bett Beim ersten Date Mit ihnen ins Bett steigt Solange es nicht früher ist Ich habe extreme Angst Dass mein Partner mich verlässt Obwohl es eigentlich Keine Anhaltspunkte dafür gibt Was soll ich tun? Ist ein bisschen Panikmache alles Oh es geht ja noch weiter Es geht ja noch weiter Da werden noch mehr Glückliche Paare Oh Ein großes Problem Ja Der lächelnde Der lächelnde Mann Der mit dem Controller Was spielt der überhaupt? Was hat der für einen Controller In der Hand? Das ist glaube ich Ist das ein Wii U Controller? Ja dann würde ich die Beziehung Auch aufgeben Was geht denn da? Oder ist das ein Xbox Controller? Das wären wir ja Also Das muss ja sein Wenn da Schmalhans Küchenmeister Mit seinem Karo Hemd Da sitzt So mit dem Wii U Controller Pro Controller oder? Muss ich mal checken Man sieht von der Rückseite Das nicht so sehr Und oh Darf ich die Beziehung auch beenden? Weiß ich auch mal sehen kann Aber Er hält Die Finger Nicht bei den L und R Tasten oben Sondern dahinter Ja Er lächelt wahrscheinlich so sehr Da ist nicht mal ein Fernseher Da bin ich mir sicher Wii U Controller Und dann nicht mal die Finger Auf den L und R Tasten Erst die Seite Die Sachen mit der Doppelseite Und dann das hier Er verbringt seine Zeit Mit Kumpels Und zocken Dabei möchte ich so gerne Mehr mit ihm unternehmen Wie erreiche ich das? Ja dann Hol dir doch Einen eigenen Playstation Account Was ist denn das Problem? Was ist denn das Problem? Frage ich doch mal Kann eine Beziehung Mit großem Altersunterschied Funktionieren? Das geht doch Muss nur zusammengenommen Nicht auf 100 kommen Dann passt das schon Woran merke ich Dass mein Partner Nicht treu ist An seiner Freundin Auf der Couch Wie gesund Ist Eifersucht Für eine Beziehung Wann wird es problematisch? Um 23 Uhr Wie bring Das sind diese Einfachen Antworten Finde ich gut Wie bring ich ihn dazu Mir endlich Einen Antrag zu machen Schriftliche Unterlassungsklage Dann geht das schon Unsere Beziehung läuft super Nur Sex haben wir ganz selten Kann das gut gehen Wer weiß Wer weiß Oh aber jetzt Guck mal Das passiert ja auch nicht Weil wenn du aufs Handy guckst Werde Frau Während der mit Die haben alle Karohemden an Vielleicht liegt es auch daran Wer weiß Da muss sie einfach mal drauf gucken Und sagen Passt schon Und Mein Partner will keine Kinder Ehehaus etc Darf es bei solchen Essenziellen Themen Einen Kompromiss geben Ja solange Ganz groß natürlich hier Das Eheversprechen Hier da ist Wird wahrscheinlich alles klappen Also ne Eva Maria sagt Schnittmenge Glaub da hätte man es auch Belassen können Wahrscheinlich Da habe ich jetzt Ich habe das Gefühl Ich habe weniger gelernt Nachdem ich das gelesen habe Ich habe mehr gewusst vorher So Und jetzt weiß ich ein bisschen weniger Das kann passieren Was bringt Mal gucken Bringt mir diese Zeitschrift Überhaupt noch irgendwas Vielleicht werde ich Vielleicht die Die In und Ich sind nicht kompatibel Habe ich das Gefühl Das funktioniert nicht so Richtig Barbara Schöneberger Äh Adele Adele So Mal gucken Sollen wir mal Hier durch Und habt ihr wenigstens das süße Ja hier Das ist doch nice Was haben wir denn da Da Das ist doch Hier Ja Etienne Gardet Zusammen mit Ryan Reynolds Hier Mit dabei Bilder von dem Japan Trip Da sehen wir Etienne Wie er sich freut Und da ist Ryan Reynolds Da In einem kleinen Foto mit dabei Dann eine Frau in Rot Und noch eine Frau in Rot Damit man sich Äh Nicht entscheiden muss Auf welche Seite man guckt Das sind Lena Gerke Und Dutzend Krös So ein Model ist das Ne Dutzend Krös Lena Gerke habe ich schon mal gehört War das die Die mit Wolf irgendwie Aneinander geraten ist Auf der Gamescom mal Gab es doch dieses Interview Mit Wolf War es Lena Gerke Ich weiß es nicht War es Lena Gerke Wahrscheinlich auch nicht mehr Happy Birthday kleiner Prinz Prinz Louis Von Herzogin Kate Und William Da ist doch das Baby gekommen Oder Was ist denn eigentlich passiert Da waren noch die Wehen gestern Habe ich gar nicht gecheckt mehr Weil ich den ganzen Tag Miyuki Tier Videos geguckt habe Royal Royal Baby Royal Baby Royal Baby Baby kam zu Hause Kam bei die Hause Heißt das Baby Sussex Ist da Heißt das Sussex Ist das so Wie lautet der Name Heißt das Bild.de Ne da muss ich bezahlen Wenn ich da drauf gehe Hier Wenigstens hier Glamour.de Da haben wir mal Ne ernsthafte Quelle So Alles was hier Über das Royal Baby Wissen wir Ne Benachrichtigung Brauche ich nicht Äh Ich brauche das mal größer Und gehe es nämlich gerne mit Was muss ich denn über das Royal Baby wissen Das erste Kind von Prinz Harry Kam am 6. Mai Zur Welt Das Royal Achso es ist nur eine Sammlung Okay Schwangerschaft Ich wusste gar nicht Als ich schwanger war Alle Infos Rund um den Royal Geburtsdatum So Zum ersten Kind Eieiei Der hat sich auch die Haare Wieder auffrischen lassen Ne It's Royal Baby Geburtsdatum Und Geschlecht So Sussex Royal It's a boy It's It's the Duke Of the Sussex Achso das bedeutet Der heißt nicht Sussex Ja Also wenn das Kind Sussex heißen würde Dann wäre es wahrscheinlich Ein Kind von David Beckham Oder so Wäre es das eine Brooklyn Ja Das wäre Als wenn ich ein Kind hätte Dann würde ich es Detmold nennen Guck mal her Kleiner Detmold Was geht mit dir Ab Garmisch-Partenkirchen Ha Könnte kein schlechter Stadtname Jetzt sein Nein nicht dass die schlechte Stadtnamen wären Aber Stadtnamen Die nicht so gut als Kindernamen Geeignet sind Brooklyn Wirklich Sussex It's a Boy Insta Post Also das ist ein bisschen Dafür Wie viel 2,6 Millionen Likes Auf dem Insta Post Mit drauf Prinz Harry äußert sich Zur Geburt des Royal Babys Sagt in der Interview Sagt er hier Meine Bebbe Wer ist das Der Baby Name Haben wir aber noch nicht Verrieten sie nicht Es ist nicht wirklich überraschend Haben sich noch nicht Für einen Namen entschieden Also Das kann natürlich keiner sagen Weil ihr habt keine Ahnung Oder Das ist eigentlich nur Spekulation Das Royal Baby Haben wir ein Bild vom Baby? Nein Darf man wahrscheinlich noch gar nicht zeigen Es steht gar nicht mal so viel Ich will eigentlich nur ein Bild sehen Oder ob es auch so ein Wii U Controller schlecht hält Das würde Meine Einschätzung von der Royal Family Da mal erklären Das erste ist Wenn das Baby geboren wird Wenn man ihm einen Wii U Controller In die Hand gibt Und sagt mach mal So kann das auch gar nicht gut gehen Wird ein Baby Ein neugeborenes Baby Würde es die Sticks mit dem Daumen bedienen Oder müsste es sie greifen Weil die Hand zu klein ist Weil das ist dann wieder ein Zeichen davon Vielleicht hat sie es instinktiv nicht drauf Auch wenn der Daumen zu klein ist Um damit den Analogstick zu bewegen Dann müsste er eigentlich greifen Aber Ich kenne auch Leute Die dann So mit Analogstick spielen Und dann Tut es ein bisschen weh Wenn man zuschaut Er kann es ja auch nicht Mit der Royal Family Wenn gut geht Bei der ganzen Geburt von Royal Family Geschichte aus Kam gestern die Frage auf Warum hat Deutschland eigentlich Keinen König Was ist mit Rio Reiser Er war ja nicht mal König von Deutschland Er hat sich beworben Mit seinem Eurovision Song Aber geklappt hat es glaube ich nicht ganz Da war Haben wir nochmal geguckt gestern Mein Tipp war Hier Was war das damals Erster Weltkrieg Franz Ferdinand Oder so Was war Franz Ferdinand War der König von Preußen Oder war das Wie war das hier Es wird wahrscheinlich Überall die Band kommen Franz Ferdinand Nicht Band Minus Band Wer ist das hier König der war von Österreich Okay Österreicher Erzherzog War doch der Start Des Ersten Weltkriegs Ja genau Beim Attentat von Sarajevo Wurden er und seine Frau Vom serbischen Nationalisten Gavrilo Princip Princip ermordet Die Tat löste die Julikrise aus Die zum Ersten Weltkrieg führte Aber das kam danach Warum Deutschland keinen König hat Deutscher Königshaus Deutscher Adel Machen wir mal Deutscher Adel Ja genau Bis zur Aufhebung des Standes Im Jahr 1919 Also Das war im Ersten Weltkrieg glaube ich Wenn ich es richtig mitbekommen habe Da hat der deutsche Adel Der wollte einfach Die Deutschen so sehr verheizen Dass die gesagt haben Fuck you Wir haben keine Könige mehr Und Es wurde unter Verbot gestellt Dass es Könige und Herzöge glaube ich gibt Außer Werner Herzog Der durfte noch Der hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen Aber ab sofort dürfte sowas Sowas wie Prinz Und andere Sachen Dürfen maximal nur noch In Eigennamen drin sein Wo steht denn das hier Das wissen aber wahrscheinlich Die Leute hier ein bisschen besser Wilhelm hieß der Deutsche Weg geht das so richtig ab Die Edelfreien Und so weiter Ist ja so lange her Dass wir jetzt seit über 100 Jahren 100 jähriges Kein Königsjubiläum mehr haben Das wäre aber auch wirklich lame Wenn wir hier in Deutschland Ähm Da wäre das ja alles voll Mit den deutschen Royals Was das wieder für eine Inzuchtfamilie sein müsste Die dann berichtet wird Die ganze Zeit Die deutschen Royals Würden wahrscheinlich so aussehen Nach Hunderten von Jahren Unter sich selbst Nur Fortpflanzen Oder so vielleicht sogar Ne Original Farben Damals Aus dem Stammbaum So wäre es wahrscheinlich Da haben wir nochmal Glück gehabt Wobei so Frederik von Anhalts Und die anderen Haben wir vielleicht auch Ein bisschen Pech gehabt Weil die Das ist ja fast noch schlimmer Die sind dann nicht in den Boulevardzeitschriften Sondern die tingeln überall Im Trash-TV rum Vox könnte sein Programm Gar nicht füllen Ohne Dann den deutschen Adel Heißt nicht ohne Grund Blaublüter Ja Weil sie nur noch aus Tinte bestehen Innerlich Nur noch aus Tinte Hat sich verfärbt Mit den Jahren Ist er nicht mehr Die kommen auch nicht An Avengers vorbei Hier Wie Miley Cyrus Ihren Ehemann abschlägt Was hat denn Was hat denn Liam Hemsworth mit Avengers zu tun Hier Der falsche Tor Der Bruder Der Liam Hemsworth Ja Wo du in den Film gehst Und weißt Okay das Geld hat Für Chris nicht gereicht Nein der ist ja auch Nicht so So übel Bei manchen Filmen Wo der mitgespielt hat Hui Wollen wir uns schon Ein bisschen aufpassen Was da kommt Seine Frau Miley Cyrus Schlägt ihm die Schulter ab Der durfte nur bei sein Weil sein Bruder im Film ist Ne Oder hat er was geleistet Scarlett Johansson Verstehe ich ja noch Die ist ja wenigstens In dem Film drin Miley Cyrus Nur weil die lecken kann Schöne Outfits Was Und hier Die Avengers Fans Ja Guck mal Das Ehepaar Bestimmt Hat ihr Kind zu Hause gelassen Weil sie wollten natürlich Ihren Thanos Handschuh Denn mittragen Fürs Baby war kein Platz mehr Oder Das Baby steckt In dem Handschuh drin Ja Wie so ein Wie so ein Flusskrebs Ja Flusskrebs Der Der eine Schale Dann von Einer Schnecke Oder so ein Schneckenhaus Dann übernommen hat Der Flusskrebs Hier Das Baby ist einmal reingekrabbelt In den hier Und dann krabbelt es unten raus Und wir Unten gucken dann nur Oberkörper und Arme Ja Und der Rest ist Der Der Thanos Handschuh Womit sie da rumkrabbelt Das Kind Das finde ich sehr lustig Muss ich sagen So ein Hermit Crab Ist kein Spoiler Leute Vielleicht passiert das im Film Vielleicht auch nicht War aber eine gute Szene Muss ich sagen Das Baby ist der Handschuh Was gibt es denn noch hier Rami Malek Bösewicht Dieter Bohlen Streit mit seiner Freundin Wer ist denn jetzt gerade die Freundin Was ist denn gerade los bei Dieter Ist es die Oder die Welche ist denn das hier unten Sarah Lombardi Ach ne die habe ich schon mal gesehen Das ist die mit dem Das war die mit dem Pietro Ne Da war auch mit dem Baby Was im Magen Sarah Lombardi Sollte wie viele andere Auf Dieters Sensationsalbum Mitwirken Achso die hat nichts mit Dieter Die sollte was mit Dieter Dieters Langzeitfreundin Hatte bei der überraschenden Album Absage Offenbar ihre Finger Oh Was hat sie denn Was ist denn Die 35 jährige Carina Oha Aber Dieter Das kannst du ja Wie alt ist Dieter 70 74 Was steht denn hier 65 Also so viel Wäscheklammern Gehen da doch gar nicht mehr rein Ne Der muss doch Permanenten Assistenten haben Der hinten die Kopfhaut Zusammenhält Mittlerweile Oder DS2 Steht auch auf seinen Schuhen drauf Und Das Beste ist wenn das Publikum Hinter dir Rentner oder Kinder Ja Wo die Eltern bei der Avengers Premiere sind Dürfen die Enkel mit den Eltern hier So Da Da geh ich auch einmal ran Das Ich hab Ich hab das Publikumsmitglied gefunden Das eigentlich alles so hier zusammenfasst Ne Das hier Wir haben hier einen Autofokus an der Kamera So hab ich das Hab ich schon Mikro So Einmal hier ran Schön mit dem Licht Dass man das nicht sehen kann Vernünftig Wie lange kann ich Oh das kann man überhaupt nicht sehen Mit dem Licht Ja so Bleiben wir hier Hier haben wir so ein bisschen Da sind wir so die da Der hat Spaß Wir haben die Rentner Wir haben die Leute hier alle Aber Hier ist sie Hier Schau dich das Gesicht an Ja Das ist so Hier kann ich auch rangehen Auch wenn's dunkel wird Erkennt man trotzdem gut Und ist da So vom Wegen In die Kamera gucken Und sagen Really Das geht ab Grad momentan Es sind nur Rentner und Kinder Wirklich hier Und einen mit Glatze Sehe ich Oh und das hier Das ist wahrscheinlich ein Schlagerfan Aber die muss es auch geben Und Security Leute Die sagen Muss ich das noch machen Nicht dass es schlecht wäre Weil Sie haben aber sowas schon häufiger gemacht Müssen sie es noch machen Hey Was war eigentlich Ich hab nur noch 59 Sekunden Das wichtigste Thema Fällt mir gerade ein Was ist mit Grill den Henssler los Wo ist denn Ruth Moschner Was soll denn das Ist ja Ruth Moschner nicht mehr dabei Weil der Karlmund ist dabei Der Karlmund der ist rund Ja für die Jeste Der kann auf Eisenbord Ist die Show wieder dabei Weil Henssler es nicht gepackt hat Bei ProSieben Und jetzt gibt's Ruth Moschner Nicht mehr als Moderatorin Haben wir doch nur geguckt Weil die da beide Sich immer so angekeift haben Ich will nichts Gegen die neue Moderatorin sagen Weil sie kommt natürlich Sie hat einen schweren Stand Wo sie jetzt dabei ist Nachdem sie in so ein Ein Ecosystem Wieder reingepfercht wird Ja Wo du Leute hast Die jahrelang miteinander Sozusagen Chemie aufgebaut Deshalb nicht über sie beschweren Eher auch mal eine Chance geben Aber trotzdem ist es verwunderlich Weil dann kannst du die Sendung Auch gleich sein lassen Finde ich So Wie wir auch die heutige Folge Moin Moin gleich sein lassen können Nicht weil sie schlecht gewesen ist Sie war so mittelgut Finde ich Nein sie war hervorragend Vor allem dank euch Fürs Zuschauen Freut euch auf die anschließenden Programme Großer Stuff Heute auf Rocket Beans TV Ich glaub sogar Ist heute das stille Wörtchen? Bestimmt Ja Müsst ihr angucken Müsst ihr auch mal angucken Weil ich hab gehört Das soll sehr sehr gut sein Ich verabschiede mich Und ich sage Tschüss Bis dann Diese Sendung kannst du als Video schauen Und als Podcast hören Mehr dazu unter rbtv.de slash moin moin